Ja, dann möchte ich Sie alle begrüßen zu diesem Vortrag über die Sehnsucht nach Erwachen und die Liebe zur Welt. Man kann das Thema auch nochmal erweitern und sagen, die Sehnsucht nach Freiheit und die Liebe zur Welt. Denn was ist Erwachen anderes als eine neue Art von Freiheit? Ja, ich stelle die These auf, dass wir das Leben lieben, aber auch uns nach etwas sehnen, was über das, was man mit den fünf Sinnen und dem Verstand fassen kann, hinausführt. Das ist meine These. Vor allen Dingen dann, wenn wir enttäuscht sind. Wenn uns etwas nicht passt an dem, was wir mit den fünf Sinnen und dem Verstand wahrnehmen, wenn uns das enttäuscht, dann hätten wir gern was, was darüber hinausführt. In Indien nennt man das Devotees by Distress. Das sind Menschen, die einen religiösen Weg gehen, weil sie frustriert sind. Oder immer dann, wenn sie frustriert sind. Devotees by Distress. Ja, dann kriegt man religiöse Anwandlungen, spirituelle Anwandlungen, sagt man natürlich heutzutage. Denn Spiritualität klingt so ein bisschen offener als diese engen, traditionellen Religionen. Ja, was treibt uns eigentlich an? Was suchen wir eigentlich, wenn wir religiöse Anwandlungen kriegen oder spirituelle? Und die Stille suchen. Und jenseits des Denkens gelangen wollen. Und wie viel bleibt von der Liebe zur Welt spürbar, wenn wir wirklich begreifen, dass alles, was wir erleben, unbeständig ist. Und wir es nicht im Griff kriegen. Und wir das Leiden nicht mit Techniken materieller oder spiritueller Art wegkriegen. Was bleibt dann noch von unserer Liebe zur Welt, die wir alle manifestieren, wenn wir gerne Kaffee trinken und Schokolade essen und Feste feiern und uns verlieben? Da ist ja die Liebe zur Welt der Manifest. Spazierengehen, schönes Wetter oder endlich mal Regen nach einer langen Trockenperiode. Dann finden wir ja das schön. Was bleibt von der Liebe zur Welt, von unserer Liebe zu schönen Erfahrungen, angenehmen Erfahrungen, wenn wir auch unangenehme Erfahrungen machen und mit der Zeit begreifen, dass es nicht nur einfach ein Unfall ist, weil wir irgendwie falsch meditiert haben oder was Falsches gegessen haben. Oder nicht richtig gedacht haben oder nicht das richtige Waschmittel verwendet haben oder nicht so richtig ökologisch gelebt haben. Was bleibt von der Liebe zur Welt, wenn wir merken, Leiden gehört zum Leben dazu? Das ist sozusagen die Spanne meiner Fragen heute Abend. Und ich werde ein paar vorleutige Antworten geben und ein paar meiner Erfahrungen mitteilen, in welche Richtung ich da geforscht habe. Ja, ich nehme jetzt mal das Wort Sehnsucht. Es steht ja im Titel. Die Sehnsucht nach Erwachen, Querstrich oder Freiheit. Wonach sehnen wir uns? Wenn wir uns jetzt fragen, heute Abend, wonach sehne ich mich so richtig, so mit allen Fasern meines Lebens, wonach sehne ich mich? Nach schönen Gefühlen? Jetzt, sofort, rund um die Uhr, 7.24. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Sehnen wir uns nach dem Wahren, dem Guten, dem Schönen? Nach Liebe? Nach Gerechtigkeit? Nach Vollkommenheit? Welcher Art? In welchen Bereichen? Nach Vollkommenheit im Denken? Im Reden? Im Fühlen? Im Handeln? Oder lieber nach einer heilen Welt, die gerecht ist und ohne Unterdrückung? Sehnen wir uns, das ist eine europäische Sehnsucht, vermute ich mal, zumindest bei uns ziemlich verfolgt, gesucht, sehnen wir uns nach äußerer Freiheit. Freiheit von Einschränkungen. Ich will machen können, was ich will. Weg mit den Regeln. Freiheit für die Kleschers, würden die Buddhisten da sagen. Freiheit für Gierhass und Verblendung. Bitte, keine Regel. Keine Einschränkungen. Ich will machen, was ich will. Jetzt mal ehrlich. Ist das nicht manchmal unsere Sehnsucht? Ich will meine Gefühle authentisch ausleben. Würdest du denn da sagen? Sehr automatisch, aber schwamm drüber. Und noch sehnen wir uns nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, beziehungsweise natürlich Schwesterlichkeit, Geschwisterlichkeit. Ist das das stärkste Sehnen, das wir haben? Gibt es bei uns auch manchmal ein Sehnen nach Freiheit von inneren Zwängen? Freiheit von automatischem Verhalten, von zwanghaften Gedanken, von so Knopfdruck-Emotionen. Eine Person sagt etwas, tut etwas, Knopf, automatisches Verhalten. Ich werde sofort fünf Jahre alt und bin völlig frustriert und völlig wütend und so weiter. Sehnen wir uns nach Reinheit? Rein in Gedanken, Worten und Werken zu sein? Ist das eine Sehnsucht? Wollen wir gute Menschen sein? Das war für mich eine der großen Herausforderungen. Ich bin katholisch groß geworden und da geht man ja zur Beichte. Und es war mein größter Konflikt. Ich wollte gut sein. Und zehn Minuten nach der Beichte, wenn mich jemand geärgert hat, bin ich wütend geworden. Oder ich habe Widerworte gegeben meiner Mama, die irgendwas von mir wollte. Und dann hat es mir aber leid getan. Und ich habe das Morgengebet vergessen. Ich wollte gut sein. Und dann bin ich wieder zum Pfarrer die nächste Woche und habe gesagt, Aber wie geht es? Ich will gut sein und es funktioniert nicht. Was soll ich denn machen? Dann hat er mich immer getröst und hat gesagt, das geht allen so. Wir wollen, wir versuchen das und du musst dich halt anstrengen. Aber es ist nicht so schlimm, du kannst ja wieder beichten. Also für mich als Kind war das erlösend. Weil ich ja gemerkt habe, ich schaffe es nicht. Ich konnte das, was ich wollte, nicht wirklich umsetzen. Und mit der Frage bin ich letztlich bei den Buddhisten gelandet. Wie geht das? Ein guter Mensch sein? Ein guter Mensch sein? Ja, wer wäre es nicht gerne? Hat mal einer gedichtet. Ja, Sehnsucht nach Erwachen, Sehnsucht nach Freiheit. Ich spitze es nochmal zu. Wovon wollen wir frei sein? Äußere Zwänge, innere Zwänge. Und zwar jetzt nicht theoretisch, sondern wir können das eigene Leben angucken. Wenn wir leiden, zwischendurch mal, soll ja vorkommen. Worunter leiden wir dann? Unter äußeren Zwängen, unter Pflichten, Anforderungen, Ansprüchen, Zeitrahmen, Umweltbedingungen, menschlichen Konstellationen. Also leiden wir unter äußeren Zwängen? Wovon wollen wir frei sein? Wollen wir von inneren Zwängen frei sein? Das mal aufschreiben, das ist spannend. Ganz konkret. Und dann ist die Frage, ja und? Wenn wir dann frei sind, wofür? Was wollen wir da machen? Wenn wir frei sind von Gier, Hass und Verblendung, frei sind von allen Zwängen. Niemand sagt uns was. Ich meine, die meisten von uns sind ziemlich erwachsen. Also eigentlich kann uns niemand mehr vorschreiben, wann wir aufstehen sollen und was wir den ganzen Tag machen sollen. Vor allen Dingen an unseren freien Tagen, in unserem Urlaub. Unter welchen Zwängen stehen wir denn dann? Wenn wir dann nicht das machen, was wir eigentlich wollen. So theoretisch, auf unserer politisch korrekten, ich meine buddhistisch korrekten Prioritätenliste. Das ist eine Liste für viele. Spirituell korrekte Prioritätenliste. Gedichte lesen, sanft sein, entspannt, heilsam handeln, heilsam denken, heilsam reden. Ja, was steht auf unserer spirituellen Prioritätenliste? Und was machen wir tatsächlich, wenn wir frei haben? Spannende Frage. Ich meine, es könnte natürlich sein, dass wir das erst erkennen können, was wir dann machen wollen, wenn wir frei sind von äußeren und inneren Zwängen. Aber das sind wir ja nicht. Ja, was machen wir in der Zwischenzeit? Und entdecken wir das unterwegs, auf dem Weg zur Freiheit von äußeren und vielleicht auch inneren Zwängen? Schon mal eine ganze Menge Fragen. Und ich kann sehr empfehlen, darüber mal ein bisschen nachzudenken. Wir werden das am Übungstag in geführten Übungen auch machen, einzelne Aspekte genauer angucken. Aber das kann man auch zu Hause mit dem Tagebuch machen. Wovon will ich frei werden? Wofür will ich frei werden? Von welchen äußeren Zwängen will ich frei werden? Von welchen inneren Zwängen will ich frei werden? Ja, dann der zweite große Komplex. Die Liebe zur Welt. Also ich gehe doch mal davon aus, dass wir alle irgendwie das Leben lieben. Sonst wären wir wahrscheinlich nicht mehr lebendig. Was lieben wir an der Welt? Was lieben wir an der Welt? Die Natur? Den Frühling? Oder den Sommer? Oder den Herbst? Und Winter? Lieben wir das Auf und Ab der Gefühle? Oder nur die schönen Gefühle? Lieben wir die Begegnung mit anderen Menschen? Mit ihrem Auf und Ab und Hin und Her? Mit ihren Dramen und paradiesischen Momenten? Vielleicht die paradiesischen Momente? Ja, die Dramen nicht. Obwohl, ich kenne auch Leute, die lieben die Dramen. Und wenn es kein Drama gibt, dann finden sie eine Beziehung langweilig. Kurze These am Anfang, mal dazwischen geschoben. Leben in der Welt heißt, leiden annehmen und Glück genießen und das Beste daraus machen. Also eine kleine These am Anfang. Ja, jetzt habe ich mich in der westlichen Tradition ein bisschen umgeguckt, was wir so für Träume haben. Also eine der ersten Träume, die ich als Kind kennenlernte, war das Schlaraffenland. Ja, wo an die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Ich meine heute gebratene Tofu-Stückchen. Das andere wäre ja politisch nicht korrekt. Wo Milch und Honig fließt. Vielleicht auch noch Rotwein. Und grüner Tee natürlich. Na gut, Ergway ist auch gut. Ja, es gibt in Ost und West Bilder von Götterbereichen. Und als ich das erste Mal eine buddhistische Beschreibung der Götterbereiche las, dachte ich, eigentlich will ich ja so leben. Alle Menschen sind schön, edel, hilfreich, gut, benehmen sich, reden mit sanfter Stimme, sind wunderschön gekleidet, es duftet immer gut. Also ein bisschen eine Mischung aus Hessnatur, Waschbär, Ökoladen, Wellnesshotel sagt man heute. Das sind eigentlich die Beschreibungen der Götterbereiche. Ja, bisschen so, sieht es ja bei uns aus. Wohl temperiert, sauber, ordentlich, gepflegt, nicht zu sehr. Es ist eigentlich das Leben der reichen, schönen, prominenten Angesehenen. Ist das unsere Vorstellung von schönem Leben, gutem Leben? Von einer Welt, die man wirklich lieben kann, weil sie so schön und wohltemperiert ist? Oder ist unser Ideal von schönem Leben eher eine vernünftige Welt? Eine Welt, wo man Zeit hat, sich mit den wesentlichen Dingen zu befassen? Für mich war das als jugendliche Kastalien, Hesses Glasperlenspiegel, wo man eben indische Philosophie und chinesische Philosophie und alles Mögliche studieren konnte. Und alle durften studieren, was sie wollten, ob das jetzt ökonomisch sinnvoll ist oder nicht. Es wurde geforscht. Also es war eine Welt des Geistes und was ich immer nett daran fand, die mussten nicht im Zölibat leben. Gut, es war natürlich eine Männerwelt. Hesse ist eine andere Generation, aber Zeitlang hat mir das gefallen. Oder die Platonische Akademie? Gepflegte Gespräche mit klugen Menschen? Reden und Sprechen im öffentlichen Raum über wichtige Dinge? Wunderbar. Oder ist unsere Sehnsucht unser Bild von einer Welt, die man lieben kann? Eine Welt, die besser ist als die jetzige? Wo es Bildung für alle gibt? Wohlstand, soziale Gerechtigkeit, politische Freiheit. So bis in die 60er, 70er Jahre. So die Idee. Mit einem guten Einvernehmen zwischen Realkapitalismus und Arbeiterschaft. Das Finanzkapital war noch draußen. Ging es allen relativ gut. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, einmal was wir für Bilder haben von der guten Welt, die wir mögen können. Wie kommen wir da hin? Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen da haben, unterschiedliche Visionen. Wie kommen wir vom Status Quo zu dieser Welt, die schöner, besser, liebenswerter ist? Wollen wir uns selber so verändern, dass die Welt besser wird? Ich meine wir, die wir hier sitzen. Oder sollen sich zuerst die anderen verändern, die Verhältnisse ändern, damit auch wir gute Bedingungen haben, um anders werden zu können? Große Frage, gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Wir haben seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon diskutiert. Jetzt noch polemisch überspitzt, sehnen wir uns nach Vaterstaat, der alles richtet, wenn unangenehme Veränderungen drohen? Die sind dafür zuständig, ich meine, müssen sich kümmern. Oder nach Mutter Wohlfahrtsstaat, die sich auch kümmert, wenn was schief geht. Immer da ist, nährend, sorgend, hegend, keine Verantwortung einklagen, sondern einfach urteilsfrei helfen. Ist das so ein bisschen die Vision? Jetzt ein paar kurze buddhistische Thesen. Eine schöne neue Welt ist so lange nicht möglich. Solange es Menschen gibt, die von Gier, Hass und Verblendung getrieben werden. Solange es eine substanziell große Anzahl von Menschen gibt, die von Gier, Hass und Verblendung getrieben werden, ist keine schöne, neue, heile, gerechte Welt möglich. Und da vermutlich niemand verhindern kann, auch die besten Wohlfahrts- und politischen Programme verhindern können, dass Menschen von Gier, Hass und Verblendung getrieben werden, lehrt der Buddha lediglich die individuelle Befreiung von Gier, Hass und Verblendung. Soweit mir bekannt ist, gibt es in Indien keine Vorstellung einer gesellschaftlichen Befreiung. Es gab zwar unter Kaiser Ashoka 200 oder 300 Jahre vor unserer Zeit so eine Art Wohlfahrtsstaat, der erste Wohlfahrtsstaat der Welt. Sogar mit Krankenhäusern für Tiere hatten die damals. Und Pilgerhäuser, wo die Pilger umsonst verpflegt wurden. Krankenhäuser. Also da gab es schon eine ganze Menge guter Ansätze. Und auch es sind von Buddha einige Gespräche mit Königen bekannt, mit einer Liste von Forderungen oder Empfehlungen an den König. Von denen könnten wir uns heute noch Scheiben abschneiden. Der König soll dafür sorgen, dass alle anständige Wohnung haben, sicher auf den Straßen sind, in Ruhe ihrem Gewerbe nachgehen können. Also ich meine, das ist schon eine Menge. Zugang zu Bildung, Medizin, medizinischer Versorgung haben. Das ist ein ziemlich großes Programm. Und sogar die Soldaten sollen sich nach ethischen Regeln richten. Sollen die Silas einhalten, die ethischen Regeln. Interessante Forderungen. Also, nur, es war eine Empfehlung, heißt es. Eine Empfehlung an den König. Das sind Empfehlungen, die möglicherweise dazu beitragen können, dass die Bedingungen besser werden. Dass die Bedingungen nicht nur Gier, Hass und Verblendung belohnen, sondern auch ein anderes, sozialeres Verhalten. Aber dennoch geht der Buddha davon aus, dass die Hauptursache für eine schwierige Welt oder für das Schwierige an der Welt Gier, Hass und Verblendung jetzt in dieser Kurzformulierung sind. Und in dem Sinne, sagt der Buddha, nur erleuchtete Menschen können wirklich heilsam handeln. Und die anderen versuchen es auf dem Weg. Wir können uns alle darin üben, heilsam zu handeln. Ja, und in der Mahayana-Vision der Bodhisattvas sehe ich da was verkörpert. Da ist die Empfehlung im Prinzip, phasenweise Rückzug von der Welt, um Gier, Hass und Verblendung zu entdecken und mit der Zeit etwas zu verringern, aber dann auch wieder zurückzugehen in die Gesellschaft. Also Rückzug und Wiederkehr, um mit dem, was man gelernt hat, im Rückzug heilsam in der Welt handeln zu können. Das ist nämlich die Verkörperung der Verbindung von spirituellem Leben und Leben in der Welt. Und da ist eine Sehnsucht nach Erwachen da, im Sinne von, ich will verstehen, wie Gier, Hass und Verblendung in mir zustande kommen und wie sie weniger werden können. Und Liebe zur Welt. Und ich gehe mit dem, was ich verstanden habe, immer wieder zurück in die Welt, versuche das umzusetzen und das Geste zu tun. Ich möchte das jetzt, also die Elemente eines spirituellen Weges, jetzt noch ein bisschen deutlicher beschreiben, beschreiben, damit dieses Bild vom Erwachen so ein bisschen sinnlicher wird, spürbarer wird, fassbarer wird. Vor drei Jahren war seine Heiligkeit der Dallelama hier in Hamburg und hat in der Beantwortung einer Frage am Sonntagnachmittag für mich den buddhistischen Weg nochmal so auf den Punkt gebracht, wie ich es vorher in der Prägnanz noch nie gehört hatte. Er wurde nämlich gefragt, wie man Ethik in der Welt leben kann. Dann hat er gesagt, für mich gibt es drei Arten von Ethik. Es gibt die natürliche Ethik oder auch, Dallelama sagt, ich nenne sie die säkulare Ethik. Und dann hat er das erklärt und für mich passen seine Erklärungen zu dem, was wir die goldene Regel nennen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. In der positiven Formulierung der Buddhisten und was du willst, dass man dir tut, das füge auch den anderen zu. Da ist schon ein Gesellschaftsprogramm drin. Was du willst, dass man dir tut, das füge auch den anderen zu. Und dann hat er gesagt, und dafür braucht man keine Religion. Das lernt man, wenn man mit Menschen zusammenlebt. Und deswegen finden wir auch die goldene Regel in allen Kulturen. Ich war vor kurzem in Berlin im Park der Weltreligionen und da steht eine große Konfuzius-Statue. Und auf dem Sockel stand, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Drunter Konfuzius. Ich habe es aber auch schon gehört, dass es Hillel zugeschrieben wird, einem jüdischen Propheten. Ich kenne es als Aussage, ich glaube, es ist im Lukas-Evangelium von Jesus. Steht auch drin. Ich kenne es vom Inhalt her auch von den Buddhisten und ich kenne es natürlich als deutsches Sprichwort. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Das ist die Negativvariante, das ist schon mal gut. Man versucht erst mal den Schaden zu begrenzen. Und dann aber die positive Formulierung, die haut mich immer wieder aus den Schuhen. Und was du willst, dass man dir tut, das füge auch den anderen zu. Also statt zu jammern, die Leute sehen mich nicht, meine Qualitäten werden nicht gewürdigt und so weiter, wenn man das gerne möchte, dann sollte man andere Leute würdigen. Man sollte andere Leute wertschätzen. Wenn man, die Leute reden immer so unfreundlich zu mir, ich will, dass die netter sind, ja, dann fang an, freundlich zu reden. Ich finde, das ist eine sehr interessante Art der Ethik. Sehr schön finde ich daran, dazu braucht man keine Religion. Das lernt man, wenn man mit Menschen zusammenlebt. Ziemlich gut. Letztlich das, was der Kant'sche Imperativ sagt. Man handelt so, dass man daraus ein Gesetz ableiten könnte. Eine Regel für alle ableiten könnte. Und in dieser wunderschönen Interpretation meiner Lieblingsphilosophie des kategorischen Imperativs, Hannah Arendt sagt in ihren Kant-Vorlesungen, das bedeutet schlicht, ich stimme der Regel zu, du sollst nicht stehlen, weil ich nicht will, dass das Gegenteil Gesetz ist. Und selbst ein professioneller Autodieb ist nicht begeistert, wenn er in einem Restaurant sitzt und jemand klaut seinen Mantel. Oder bei ihm wird eingebrochen in der Wohnung. Da geht er auch zur Polizei, wenn er sich traut. Und sagt, bei ihm wurde eingebrochen, das ist doch eine Unverschämtheit. Selbst wenn er professionell klaut. Also das kann man merken und ich habe dann mal für mich selber eine Liste zusammengestellt. Welche Handlungen will ich gerne vermeiden, weil ich nicht will, dass das Gegenteil Gesetz ist. Und daran merkt man zum Beispiel, und das habe ich auch bei Kant gelernt, es gibt Regeln und ich weiß, das ist die Regel und ich halte sie im Prinzip auch für gut, aber ich mache individuelle Ausnahmen. Also ich finde es im Prinzip gut, wenn nicht gestohlen wird. Aber ich meine, da gibt es so, ich meine, Kugelschreib auf, kostenfreie Telefonate auf dem Diensttelefon oder kostenloses Surfen im Internet während der Arbeitszeit. Es gibt ja so Sachen, wo man nicht so klar ist, ist es nur richtig. Also eigentlich weiß man, es ist nicht richtig, aber man macht es trotzdem. Und das ist sozusagen, solange ist die goldene Regel unserer Orientierung, solange wir merken, wir verletzen eine Regel, wenn wir individuell dagegen verstoßen. Und buddhistisch interpretiert wäre das, wir kennen die Ethik und aus Gier, Hass oder Verblendung verstoßen wir dagegen. Aber wir wissen, es ist falsch. Das Problem fängt an, wenn man keinen inneren Maßstab mehr hat, kein Gewissen, jetzt nicht als Über-Ich verstanden, sondern als inneres Gefühl für die goldene Regel, wenn ich nicht mehr merke, dass ich gegen tiefe, menschliche Regeln verstoße. Ich sage mal, ich meine, wir halten einfach das Eigentum um. Ich nehme mir was, was ich haben will. Das ist sowieso alles ungerecht, diese Gesellschaft. Ich nehme mir einfach, was ich will. Das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Und wir können uns fragen, wollen wir diese natürliche Ethik? Stehen wir dazu? Finden wir das gut? Wollen wir uns danach verhalten? Und führt es dazu, dass die Welt besser wird? Ich glaube schon. Also ich glaube, wenn die Menschen, wenn wir, also wenn viele von uns sich ethisch verhalten, verändert sich die Welt. Und ich kenne Leute, die haben irgendwann angefangen, in ihrem Arbeitsbereich die ethischen Regeln der rechten Rede, der heilsamen Rede zu befolgen, nicht mehr schlecht über andere hinter ihrem Rücken zu reden, nicht mehr zu klatschen und zu tratschen. Und ich habe es von einer Krankenschwester gehört und von einem Freund, der ist Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt hat gesagt, nach drei Monaten sagten meine Kollegen zu mir, meine Kolleginnen, sag mal, irgendwie verhältst du dich anders. Irgendwas ist anders. Was machst du eigentlich? Es ist irgendwie angenehmer in deiner Gegenwart. Und dann hat er ihm gesagt, ich versuche nicht schlecht über andere zu reden. Und eine Krankenschwester hat mir das erzählt, halt in diesem Zimmer, wo sich das Team immer trifft, wird natürlich viel getratscht. Und sie hat einfach nicht getratscht. Und nach zwei Jahren, sagt sie, kommt bei einer Diskussion eine Kollegin auf mich zu und sagt, ich weiß ja, dass du nicht über andere Leute schlecht redest, aber könntest du mal sagen, was du von dieser Situation hältst? Du hast bestimmt einen guten Blick dafür. Hat zwei Jahre gedauert, bis es ankam, aber es wurde gemerkt. Es wurde zur Kenntnis genommen. Und ich denke, da waren dann zehn, zwölf Leute beeinflusst. Und ich glaube, dass das eine ganz große Kraft der Gesellschaftsveränderung ist, dass wir Menschen anstecken können mit unserem heilsamen Verhalten. Mit dem Vermeiden von Unheilsam und mit der aktiven Praxis von heilsamen Verhalten. Das hat einen unglaublich ansteckenden Effekt, weil sich Menschen dann wohler fühlen in unserer Gegenwart, weniger bedroht. Und wenn sich Menschen weniger bedroht fühlen, haben sie mehr Spielraum, sich heilsam zu verhalten. Wenn Menschen Angst haben, unter Druck stehen, fallen sie eher auf Gier, Hass und Verblendung zurück. Also das hat einen mehrfachen Effekt. Wir sind Vorbilder, wir sind Quelle von Inspiration, wir verbreiten eine gute Atmosphäre um uns herum. Und das entspannt andere Menschen und dann können sie auch, haben sie einfach mehr Verhaltensoptionen. Sie sind eher offen für neues Verhalten. Und regredieren nicht immer auf das Niveau von 10 oder 8 oder 5-Jährigen. Was wir leider tun, wenn wir unter Stress stehen. Und das ist für mich ein Grund, warum die Situation heutzutage so ist, wie sie ist. Mehr Druck bringt uns dazu, auf alte Muster zurückzufallen. So, die zweite Ethik ist die Ethik der Befreiung und die dritte Ethik die Ethik des vollständigen Erwachens. Ethik der Befreiung bedeutet, wir erkennen, dass die Ursache der Probleme Gier, Hass und Verblendung in uns selber sind. Und die anderen Menschen und die Umstände sind Aufhänger, Auslöser. Die Gier, Hass und Verblendung jetzt mal als Standard, da kommt dann Neid und Eifersucht und Zweifel und Traurigkeit und was weiß ich was alles noch dazu. Auslösen. Ethik der Befreiung leben bedeutet, ich will entdecken, wie Gier, Hass und Verblendung in mir funktionieren. Welche Umstände die triggern, auslösen. Und wenn ich das so sage, ist schon ziemlich klar, das kann man niemanden vorschreiben. Die goldene Regel kann man vorschreiben. So kann man Menschen erziehen und die goldene Regel ist im Prinzip die Basis unseres Rechtssystems. Klar, da kann man sagen, und das machst du. Und stehlen ist nicht okay, das wird sanktioniert. Aber die zweite Ethik, Ethik der Befreiung, entdecken wollen, wie Gier, Hass und Verblendung in mir funktionieren. Das ist jetzt paradox, aber das muss man wollen. Das kann einem niemand vorschreiben. Im besten Falle können wir andere Menschen inspirieren, wenn wir ein gutes Vorbild sind. Aber das ist schon für diejenigen, die das wollen, schwer genug. Also ich versuche das seit über 30 Jahren. Und ich meine, blinde Flecke kommen einfach vor. Und immer wenn ich mich über jemanden ärgere, denke ich, hallo, da muss irgendwo ein Haken sein bei mir. Woran hakt es jetzt? Und oft verstehe ich es gar nicht. Ich kapiere es nicht. Manchmal kapiere ich es, manchmal kapiere ich es nicht. Nicht so einfach. Und ich glaube, deswegen ist die Welt auch nicht immer ein Ort, den man lieben kann, so aus voller Seele, aus ganzem Herzen, weil es halt Gier, Hass und Verblendung gibt. Und die buddhistische Argumentation ist, die Welt erscheint dir nicht liebenswert, weil in dir Gier, Hass und Verblendung ist. eigentlich muss ich es anders sagen. Das darf ich nicht als Anspruch formulieren, sondern der Buddha sagt mir, ich erlebe die Welt als unangenehm, als unschön, weil in mir Gier, Hass und Verblendung wirken. Und nur so funktioniert es. Das funktioniert nicht als Anspruch an andere Leute. Es funktioniert einfach nicht. Ich meine, es ist nett, Sonntagsreden kann man machen, es klingt hübsch und politisch korrekt und buddhistisch korrekt und überhaupt korrekt, aber es funktioniert nicht. Das funktioniert nur als Inspiration. Und selbst, wenn man diese Inspiration empfangen hat und motiviert es, Gier, Hass und Verblendung in sich zu erdecken, es ist schwer. Selbsterkenntnis ist es mit das Schwerste, was es gibt. Ich glaube, das ist überhaupt das Schwerste. Und dann gibt es noch eine Steigerung. Drittens, die Ethik des vollständigen Erwachens zum Wohle aller Wesen. Und da hat der Dalai Lama gesagt, das bedeutet, alle Ansichten loslassen. Also ich würde es mal ein bisschen abschwächen und sagen, alle Ansichten durchschauen, alle Ansichten und Meinungen und Erwartungen und Urteile bemerken und dann nicht so krampfhaft daran festhalten. Und das ist echt. Postgraduierten-Programm. Also, ich meine, Ansichten, ich meine, Ansichten als Ansichten erkennen. Solange ich an Ansichten über mich und andere festhalte, fühle ich mich in einer übertriebenen Weise getrennt von anderen. Und das Gefühl der übertriebenen Getrenntheit von anderen Menschen ist ein Konzept. Wir sind ja durch unendlich viele Dimensionen verbunden. In der Dimension, wo wir das fassen können, über Nahrung und Verkehr und Kleidung und Musik und Kultur und so weiter, biologisch natürlich auch. Das kann man ja verstehen. aber nach allgemeiner spiritueller Auffassung noch in viel tieferen Dimensionen. Ob man das jetzt Buddha-Natur nennen oder göttlichen Urgrund oder wie auch immer man das nennen will. Alle Ansichten loslassen. Aber das ist der Weg zum vollständigen Erwachen. Und der Dalai Lama hat das so schön auf den Punkt gebracht und sagte, Gierhausen Verblendung in sich zu erkennen ist schwerer als das Dritte. Alle Ansichten loslassen. Das muss man nur einmal wirklich kapieren, dass jede Ansicht einfach eine Ansicht ist. Und ich habe das nachgeprüft in den folgenden Wochen nach dem Seminar mit Dalai Lama hier in Hamburg. Und ich habe gemerkt, manchmal hilft die erste Ebene der Ethik mich einfach an die ethischen Regeln halten. Entspannt. Nimmt Angst. Nimmt Druck. Manchmal habe ich Gierhausen Verblendung in mir entdeckt und das hat dann auch den Druck weggenommen, weil ich den Zusammenhang verstanden habe, warum ich was anblehne im Außen, weil da in mir ein Knopf ist, weil da in mir ein ungelöstes Problem ist, weil da in mir ein Haken ist. Und die anderen haben natürlich auch Haken. Und dann verhaken wir uns. Und das tut weh. Und wenn man die Ansichten als Ansichten erkennt, dann werden aus den Haken Gummihaken. Die Haken bleiben, ist meine Erfahrung. Man wird kein anderer Mensch. Ich habe die gleiche Biografie wie vor der Meditation. Ich meine, die hat sich nicht verändert. Ich hatte die gleiche Mutterbeziehung wie vor ich meditiert habe. Aber mein Bild dafür ist, zuerst hatte ich Metallhaken. Und wenn ich langsam kapiere, wie Ansichten Ansichten sind, dann werden diese Haken zu Gummihaken. Ich verhaken mich immer noch, aber manchmal, wenn es einen Gummihaken erwischt, dann macht es so. Und dann ist das Problem nicht mehr so ein Problem. Ja, warum ich das heute vortrage, ist, die goldene Regel kann uns helfen, einigermaßen zivile Beziehungen zu anderen Menschen herzustellen. Aber dann wird es immer noch Konflikte geben in der Welt, solange wir die Hass- und Verblendung nicht als Ursache der Konflikte erkennen, sondern die Schuldigen im Außen suchen. Die sozialen Verhältnisse, das sind die finanziellen Verhältnisse, das ist der deutsche Charakter, das ist meine Mutter, das ist die, und so weiter. Natürlich gibt es da günstigere und ungünstigere Bedingungen, aber man weiß aus der Resilienzforschung, aus der Forschung, welche Faktoren uns ermöglichen, schwierige Situationen zum Besten zu wenden und nicht daran zu verzweifeln. Aus der Forschung weiß man, dass auch Kinder aus sehr schwierigen Beziehungen, aus sehr schwierigen Hintergründen wunderbare Menschen werden können. Das ist nicht zwangsläufig, dass eine bestimmte Umgebung zwanghaft ein bestimmtes Ergebnis hat. Wir gehen da unterschiedlich mit um. Das heißt natürlich nicht, oder das heißt, wir können alles versuchen, was ethisch ist, um die Bedingungen so günstig wie möglich zu gestalten, auf jeden Fall. Aber, solange Gier, Hass und Verblendung da sind, solange wir an Ansichten festhalten, ist es schwierig. Jetzt etwas zur Erleichterung. Einer meiner westlichen Lehrer hat gesagt, Ansichten loslassen ist schwieriger als sterben. Wenn man nämlich stirbt, wenn man im Sterbeprozess ist, verliert man die Kraft. Dann hat man nicht mehr so viel Kraft festzuhalten. Solange wir in der Blüte unserer Jahre stehen, so in Fond Saft und Kraft kann man so richtig gut festhalten. Und wenn man so richtig gut festhält, wird man eng und dann hält man noch mehr fest. Und dann ist die Welt einfach so, wie ich sie sehe. Dann kapiere ich nicht mal intellektuell, dass sie möglicherweise für andere Leute anders aussieht. Also je mehr ich festhalte, desto angespannter bin ich, desto enger wird mein Horizont. Desto weniger sehe ich. Guter Tipp. Man kann ja im kleinen Situationen üben, mit dem Ansichten festhalten. Nicht gleich die ganz großen Ansichten, die man so hat. Die hält man ja für richtig. Ich meine, ist doch klar. Ich meine, wenn ich sauer bin, dann ist das, was ich sehe, richtig. Es ist meine Sicht. Ich meine, und ich merke da nicht mehr, dass es meine Sicht ist, dass es eine Perspektive ist, unter vielen. Sondern es gibt nur eine Sicht unter meine. Da hat der große Poet der Lehrheit Nagatuna im zweiten Jahrhundert unserer Zeit gesagt, die einzige falsche Sicht ist die Meinung. Meine Sicht ist die einzig richtige. Das gilt auch für religiöse Schulen, nicht nur für politische Parteien und natürlich auch für normale Menschen, die miteinander streiten. Jetzt kommt noch ein Punkt. Wenn wir die Sehnsucht nach mehr Freiheit von äußeren und inneren Zwängen haben, die Sehnsucht danach, menschlicher zu leben, offener zu leben, lebendiger zu leben, freundlicher mit Menschen umzugehen, besser mit der Natur umzugehen, wenn wir die Sehnsucht haben nach einem guten Leben. Wenn wir die Sehnsucht haben nach einem guten Leben. Dann brauchen wir nach diesen Thesen, die ich heute vorstelle, eine Einsicht in Gier, Hass und Verblendung. Da reicht es nicht, sich an die goldene Regel zu halten. Das ist zwar gut und schafft einen guten Kontext und entspannt auch und gibt Sicherheit und Verlässlichkeit mit anderen Menschen. Also das ist schon sehr, sehr hilfreich. Aber wir brauchen dann auch Einsicht in Gier, Hass und Verblendung. Und jetzt kommt mein Lieblingsthema. Das ist mir noch wichtiger als das Erwachen. Wenn man keine Muße hat, kapiert man nichts. Wenn man keine Muße hat, bewegt man sich im Bekannten. In den bekannten Ansichten, in den bekannten emotionalen Mustern und im bekannten Verhalten. ohne Muße kein Weg zu einer liebevollen, liebevoll erlebten Welt. Keine Chance für gute Beziehungen. Keine Chance für mehr Gerechtigkeit. Und jetzt interessanterweise ähnelt die Definition von Muße der Definition von Freiheit. Der Definition von Erwachen. Eigentlich der Definition von Erwachen. Hanna Arendt definiert Muße als Freisein von äußeren und inneren Zwängen. Schon mal gehört? Freiheit von äußeren Zwängen können wir uns gut vorstellen. Schild an die Tür, bitte nicht schwören. Freier Abend, freier Sonntag. Ich meine wirklich frei von äußeren Zwängen. Ich muss da noch zwei Briefe schreiben und da muss ich hin zum Kaffee trinken und dann erwartet meine Mutter, dass ich anrufe und zwar eine Stunde lang in etwa, sondern mal frei von äußeren Zwängen. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal ein paar Stunden frei von äußeren Zwängen? Wie lang ist das her? Ich meine ein paar Stunden. Und dann kommt die nächste Hürde und Freiheit von inneren Zwängen. Eigentlich sollte ich hier was ganz vernünftiges machen. Eigentlich muss ich noch schnell die Wäsche machen und dann sollte ich noch schnell dies und noch das und dann die Steuer wartet auch auf mich und dann die drei Telefonate und die fünf Briefe und das Buch wollte ich unbedingt fertig lesen und dann ist die Fachzeitschrift da und eigentlich müsste ich und sollte und hätte müsste, wäre, wenn. Freiheit von inneren Zwängen heißt, ich habe nichts anderes vor. Ich habe nichts Besseres vor, als jetzt das zu tun oder gar nichts zu tun, was jetzt ansteht. Und da mache ich eine kleine Bemerkung. Wir leiden hier in Mitteleuropa alle an der protestantischen Blockade. Seit der Reformation gilt in Europa das kontemplative Leben als parasitär. Man soll zur Ehre Gottes arbeiten. Es reicht, wenn man sonntags betet. Jeden Tag in die Kirche wie die Katholiken. also wirklich, das ist Verschwendung von Arbeitszeit. Die positive Seite davon ist natürlich, dass die Handarbeit sehr in der Achtung gestiegen ist. Aber bis zur Reformation galt es kontemplative Leben. Nachdenken und über das Denken hinausgehen als das Wertvollere, als das Beste, was man tun kann. Das hat natürlich auch mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun, auch mit gesellschaftlichem Überfluss. Die Leute muss man ja ernähren, die nachdenken und über das Denken hinausgehen. Aber seit der Reformation gilt das als unfein, als unsozial. Keine härteren Worte möchte ich jetzt hier benutzen, als parasitär. Und ich denke, wir alle haben das im Herzen, wenn wir uns versuchen, zur Meditation hinzusetzen. Dann sollten wir wenigstens studieren und Sanskrit lernen und Pali und Tibetisch und die Sutren studieren und wirklich, dass man wenigstens was weiß. Oder Konzentration üben, dass man wenigstens hinterher zwei Stunden am Stück meditieren kann und beim Atem bleiben kann. Und die Sammlungsstufen erreicht, also wenn schon. Da muss was bei rauskommen, wenn wir uns aufs Kissen setzen. Einsicht, Sammlung, ein offenes Herz zumindest, Liebe für alle, ich meine, wir können mal eine Liste machen, was wir alles von uns erwarten, wenn wir uns aufs Kissen setzen. Und leider bedienen viele buddhistischen Schulen dieses Muster, ohne es zu reflektieren. Und ich muss sagen, ich habe da von Hannah Arendt mehr gelernt als von meinen buddhistischen Lehrern und Lehrerinnen, was diesen Aspekt angeht. Wie sie erklärt hat, dass zum kontemplativen Leben Muse gehört. Und Muse heißt Freisein von Zwecken. Kein Zweck. Also ich setze mich hin, Input Output, damit am Ende das und das und das und das rauskommt. Sondern Muse heißt in diesem Kontext, ich setze mich hin und gucke hin. Das kann man auch aus den buddhistischen Lehren rausholen. Achtsamkeit, einfach wahrnehmen, was ist. Ich sage nicht, dass die buddhistischen Lehren Leistungsdruck verbreiten. Ich sage nur, wenn leistungsbereite Menschen Buddhismus interpretieren, kommt buddhistischer Leistungsdruck und buddhistisches Burnout bei Ross. Und ich habe selten so viele überlastete Menschen kennengelernt als in buddhistischen Kreisen. Also es war zumindest nicht besser als in therapeutischen oder politischen Kontexten, die ich aus meiner sonstigen ehrenamtlichen Arbeit kenne. Deswegen erwähne ich das in fast jedem Vortrag. Weil ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass wir unsere Leistungsmuster erkennen. Weil damit erreicht man keinen Sprung in eine andere Dimension oder einen Sprung in einen anderen Modus. Meditieren, spirituellen Weg gehen, bedeutet einen Moduswechsel von Input Output, Leistung, Produktorientiert, Zielorientiert, hin zu Prozessorientiert. Das heißt jetzt nicht, dass man ziel- und zwecklos vor sich hindämmert. Das ist damit nicht gemeint. Aber dass man merkt, was für Ansprüche man hat. Und mit der Zeit zumindest intellektuell kapiert, dass es nicht um Input Output geht, sondern um ein Wahrnehmen dessen, was passiert. So, letzter Punkt, vielleicht noch zum Abschluss zu diesen beiden Aspekten, zum aktiven Leben und zum kontemplativen Leben. Wenn wir einen spirituellen Weg gehen wollen, als Laien, also als Menschen, die nicht ordiniert sind und theoretisch Zeit haben zu meditieren und studieren, was ja praktisch auch nicht funktioniert. Wir haben ja eine Fachfrau hier, die weiß genau Bescheid. Also, wenn wir als Nicht-Ordinierte, die einen Beruf haben, die Beziehungen pflegen, die Familie haben, in alle Richtungen, Kinder, Eltern, Freundinnen, Freunde, soziales Leben, kulturelle Interessen, politische Interessen, dann müssen wir uns unsere Prioritäten klären. Man kann, wenn man 100% Energie zur Verfügung hat, nicht alles 100% machen. Dann muss man Abstriche machen irgendwo. Sonst klappt es nicht. Der spirituelle Weg braucht Prime Time. Prime Time. So fit und wach, wie wir zur Arbeit gehen. So sollten wir uns aufs Kissen setzen oder an buddhistische Texte heransetzen. Wir brauchen richtig Zeit, Muße und volle Energie über einen längeren Zeitraum. Sonst kommt nicht so viel daraus. Nächster Punkt. In der buddhischen Tradition gibt es das Bild der Bodhisattvas und das sind Idealiter Menschen, die sowohl ihrer Sehnsucht nach Befreiung, nach Erwachen nachgehen und einen Teil ihrer Zeit damit verbringen, ihre Prioritäten zu überdenken, jetzt in unseren Begriffen. Dazu braucht man auch schon Muße. Wenn man seine Prioritäten prüfen will, was mache ich mit meinem Leben, da braucht man schon Muße dazu. Das kann man nicht zehn Minuten vor der Tagesschau machen, wenn man gerade nach Hause gekommen ist von der Arbeit. Und sie nehmen sich Zeit, um über das für Gedanken als Gedanken erkennen, Ansichten als Ansichten erkennen, über das Denken hinaus gelangen, die Relativität der Konzepte zu erkennen, Urteile, Ansprüche, Erwartungen erkennen, dafür braucht man Zeit, Muße, Primetime. Aber dann kehren die Bodhisattas immer wieder in die Welt zurück und versuchen das umzusetzen. Und jetzt zur Entlastung von allen, die sich auf einen spirituellen Weg anstrengen und bemühen und scheitern und immer wieder frustriert sind. Der Bodhisattva Weg, sagen sie, funktioniert erst nach der ersten tiefen Einsicht in Ungetrenntheit. Nach der ersten, jetzt in der Terminologie des frühen Buddhismus, nach der ersten Nicht-Ich-Erfahrung, nach der ersten Erfahrung von Ungetrenntheit, die eben mehr ist als so ein Ach, ich glaube, das sind alle nicht getrennt. Sondern die wirklich tief geht, eine tiefe Einsicht in die Idee der totalen Getrenntheit ist ein Konzept. Das muss man einmal tief verstanden haben und dann darauf vertrauen, dass diese tiefe Verbundenheit oder eigentlich ist es eine essentielle Nicht-Getrenntheit, dass die die tiefste Dimension des Lebens ist. Das muss man erfahren haben und kapiert haben. Hinterher, wenn die Erfahrung vorbei ist, die ist ja auch eine Erfahrung, die ist unbeständig, weiß man zwar, dass es so ist, aber man glaubt es dann manchmal nicht, weil man es nicht mehr erlebt. Und das ist eine ganz große Falle für ganz viele Menschen, die denken, das muss man dauernd erleben, rund um die Uhr. Das ist altes Denken. Mit dem Glauben Erfahrungen könnte man festhalten. Erleuchtungserfahrungen gehen vorbei, aber sie hinterlassen eine Spur und die könnte man Vertrauen nennen. Vertrauen auf Nichtgetrenntheit und diese Art von Verbindung, Verbundenheit, Nichtgetrenntheit braucht es, damit man den Frust des Auf und Ab in der Welt der Getrenntheit mit Würde annehmen kann und das Beste daraus machen kann. Also diesen Mut, dieses Vertrauen, diese Haltung des Ich gebe Nicht-Aug, egal wie die Verhältnisse sind. Dieser Mut kommt, laut buddhistischer These, aus der Erfahrung der Nichtgetrenntheit. Dann sind wir sozusagen angeschlossen an die große Quelle. Daher kommt auch die Energie. Und dann kann man mit diesen Enttäuschungen, die man erfährt, wenn man selber merkt, in mir ist Gehass und Verblendung, immer noch, das ist nicht bei einer Einsicht weg, da reichen nicht mal hundert Einsichten von Nicht-Ich. Das ist ein langer Weg. Und ich glaube nicht, dass der irgendwann aufhört. Für mich ist es ein Prozess, der ist nach oben offen. Also Spuren von Charakter, von Prägungen, von Mustern haben wir weiterhin. Kein einziger Lama, keine einzige Lehrerin, Spirituelle, die ich kennengelernt habe, waren Wesen, die mit einem Halblächeln durch die Gegenstrebten und immer ausgeglichen waren. Also diese Dame war zum Teil sehr temperamentvoll. Ayakima, die konnte sehr klar Tacheles reden. Mein Lehrer Lama Jesche konnte auch sehr Tacheles reden. Also, die, die ich kennengelernt haben, die konnten alle sich auch aufregen über bestimmte Situationen. Und dann haben sie sich aber auch wieder abgeregt. Und waren wieder offen für neue Geschichten. Die Erfahrung der Ungetrenntheit gibt uns den Mut, mit dem Auf und Ab zu leben. In einer Welt, die wir zwar nicht immer liebenswert finden, aber wo wir zumindest verstehen, dass, wenn man von Gier, Hass und Verblendung getrieben ist, wir oder die anderen, es einfach zu Zusammenstößen kommt. Das ist normal. Das heißt, die ganzen Konflikte, die es heute in der Welt gibt, die sind normal. Die kommen vor. Und was wir tun können, ist, nicht zu verzweifeln tun und Gier, Hass und Verblendung hier entdecken und andere Leute inspirieren. Ich glaube, das ist ein Programm, da haben wir zu tun, bis wir ins Grab sinken und nach buddhistischer Auffassung noch weiterhin, im weiteren Leben, wie auch immer, ich weiß nicht, wie das ist, und auf dem Weg dahin viel Humor, Beharrlichkeit, Ausdauer, Ethik, Großzügigkeit, Gelassenheit und ein Verständnis dafür, dass man nicht perfekt ist. Wir nicht und andere auch nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus